Wusstet ihr, wie man ganz einfach aus den Metallwänden rauskommt? Schaut mal einfach. Wir müssen jetzt hier zum Beispiel Metallwände bauen, okay? Jemand schießt euch an, ihr müsst schnell raus, Zone kommt, keine Ahnung, jemand verbrennt euch, es fängt Feuer. Wenn ihr ein Zelt dabei habt, macht einfach das, okay Leute? Ihr platziert das Zelt ungefähr in der Mitte von diesem, äh, da wo ihr halt drin seid. Jetzt geht ihr ins Zelt rein und zack, die Metalltür oder Wand ist offen. Und so könnt ihr ganz schnell rausgehen, manchmal dauert es halt einfach zu lang. Wenn ihr mich unterstützen wollt, benutzt doch gerne meinen Creator Code SEVIL.